So viel noch nie, Drei-Berg-Infanterie! Ach ja, mein alter Freund der Fels-Troll. Wo wollte ich hin? Ich wollte hoch. Ich mach dich kalt, nieder-trächtiger Mutant! War wohl nix. So, da hoch wollte ich glaube ich, oder? Oder darüber? Was ist das denn? Der sieht ganz anders aus. Was bist du? Wolfs-Bahn, was heißt hier? Hohohohoho, jetzt weiß ich warum ich... Nein, 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 nein. Jetzt weiß ich wieder warum ich da oben nicht war. So, ich wollte dann eigentlich da runter. Hier, hier... Das sieht so aus, als wäre es noch nicht zerstört. Auf jeden Fall da unten Richtung Maulbeertal. Ich werde mich mit diesem Greif jetzt nicht anlegen. Ich bin blöd, aber nicht so blöd. Wo ist das? Was ist das? Wo Spawn? das ist explodiert Friedenstifter das hört sich nach einer interessanten Waffe an da kommt ihr mein Lieber zu komm was der letzte was der letzte da ich war hier noch gar nicht rum wieder Gegner da oben wo wo da ist das Monster Nestblatt ein Moda Haut Nest es muss zerstört werden so ist gut Brennen explodieren genau das dachte ich mir so 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 das nächste Ziel steht schon bereit ich liebe diese offene Spielwelt so 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 was ist das da drüben für einlachs so 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 wie so wow ich glaube das beantwortet die Frage ähm ähm Hyperalnester schlimm 89% reicht mir völlig 9% 100% ein equation 100% 1% 2% 1% 2% 3% 1% 2% ein Turtel 3% Da kommst du denn? Ist das eh... Ach, da oben ist es. Ich hab ihn nicht mehr. Oh, meine noch. ja ja Die Harnchen haben hier ihr Nest. Harten. Die Harnchen haben hier. 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 Scheiße. Gibt es da oben noch etwas. nicht so aus einem schönen Ausblick Ich hätte gesagt, er schreit nach einer Meditation, um darüber nachzudenken, was wir falsch gemacht haben So, wo wollte ich hin? Ach, ein Molbertal Besten So schlau, Molbertal Hier muss ich auch mal runter Ich komm schon auch irgendwann noch zu, für doch Molbertal, ich würde sagen Niederwe Oder tu dir was, tu dir was Oder gehen wir gleich weiter nach oben Ja genau, Stickfist Ach, da kommst du hoch Ist klar, ne Verfall hier So ein schönes, erfrischendes Bad Aber die Pfütze wird als See angezeigt Oder als Wasser Ist klar, ne Ja Wacht das Schiff Was Was Ja, damit kann ich leben Ja 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 Also bewachter Schatz Der war ja noch irgendwo ein Schatz Wo 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 Ja, der Wyck führt uns genau zu dieser Quest. Ein Monster-Nerd. Was haben wir hier? Modderhalter. Ein Moderhautnest. Es muss zerstört werden. Ja, ja, ich weiß nicht. Das war eine Beschissenheit. Ein Eisbiff. Noch mal 300 Meter, kurzer Sprint. Wie weit kannst du schon? 50 Meter, also. Hier, Sprinten. Was entdecken wir da? Äh gut, nicht ganz. Das ist ein Monster-Nerd. Das ist ein Monster-Nerd. Oh, ihr seid mir ein bisschen zu aggressiv, Klingers. Oh, ihr seid mir ein bisschen zu aggressiv, Klingers. Kann ich hier meditieren? Meditation. Ja. Ich hier spreche. Oh, ihr seid mir. Oh, ihr seid mir. Oh, ihr seid mir absolut, Klingers. Was jetzt, du Stück Dreck? Oh, ich höre es voll. Was ist es so? Nur zu... Okay, weiter geht's. 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 Okay. Okay, weiter geht's. Okay. 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 Okay, weiter geht's. So. Ohne Scheiß bei Tageslicht. Okay. 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 Und weiter geht's. Du bist es. Du schon wieder. Wir kennen uns doch. Hexer, Hans Verdun, weißt du noch, du hast mich vor den Ertrunkenen gerettet. Damals hatte ich kein Geld, aber das sieht jetzt anders aus. Hm, Geld, das den Flüchtlingen gehört hat. Ist die Rache süß? Ich dachte mir, dass du deine Belohnung noch holen kommst. Ich zahle natürlich, du hast mir das Leben gerettet. Da gibt's kein Vertun. Ich hätte dich töten sollen. Aber wenn du Prügel willst, kannst du die natürlich auch haben. Ich hätte dich dort lassen sollen, gefesselt am Ufer. Tja, man kann die Zeit nicht zurückdrehen. Aber ich will dafür sorgen, dass dein Gewissen dich nicht lange quält. Auf ihn! Das nenne ich mal effektiv. Ich dachte mir, dass es ein Fehler ist, ihn am Leben zu lassen. Aber mein Gott, ich hab ein gutes Herz. Hm, seltsam. Hm. Zufälle gibt's? Da wäre ein Händler. Holen. Holen. Moment. Ich bin sehr schwer beladen. Sollte ich fliegen? Einmal genau nach neun. Das ist's. Ah Gott. Das war's für heute. Ach ja, die Schlachtfelder wählen. Ach, ich wollte doch nach Norden. Okay, was. Ah, dafür stirbst du. Ja, Kel. Ja, interessant. Ah, nein, es geht wieder nach Norden. Hä? Hä? Ist sie da? ein square teller du bist es ich werde dich niemals vergessen abermals vielen dank ich würde gerne sehen was du zu verkaufen hast so was ist denn das sieht ja schick aus plus 15 plus 23 nein ich hab gerade mein ganzes geld rausgehauen verkaufen verkaufen den ausschließlich Ja, taumeln bin ich nicht zu der Schimpf. Art. Die bräuchte ich nicht. Die Kavillerie, auch wenn sie magisterlich sind. 100, ich weiß gar nicht was ich gerade habe. Die 10 und Xy-10. Ich habe Xy-10 gekauft. Quirin benutzen. Die Bräuchern. Weg. Weg. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Verkaufen. 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 Was soll's. Findest du eh alle immer wieder. Untertitelung des ZDF, 2020 Was kennen wir dich hier noch? 5 Zack 7 Oh, da wollen wir gleich ziehen 5 Oh, da wollen wir mal 6 Oh, da wollen wir mal 5 2 Es wird doch langsam Hey Habe ich noch irgendwas schönes Teures? So, was hast du da jetzt schon? Nix weiß ich nicht schon Wunderbar Woher kennst du mich? Du kennst mich? Woher? Wir sind uns vor langer Zeit im Brokilon begegnet Möglich, aber ich kann mich nicht entsinnen Kein Wunder Du warst damals schwer verwundet Ohne die Dryaden hättest du es wohl nicht geschafft Das ist lange her So lange, dass es auch in einem anderen Leben gewesen sein könnte Was vielleicht sogar hindurch Das ist wirklich lange her War fail So, wo geht's als nächstes hin? Genau, da raus Krieg Krieg verändern Ich weiß immer noch nicht, warum wir deine Anliegen hütteln Komm ab zum Strand Warum bist du rot? Er wurde von Wurzeln zu Boden gedrückt Bis er erstickt ist Oh Ich befürchte, ich weiß, was da kommt So, aber bevor wir da reinspringen Wie heißt das so schön auf? Elfisch War fail Bis bald